Heute am Strand hat er in den Sand gespielt. Das war auch das erste Mal. Das hat ihn ja vielleicht interessiert. Nase in den Sand gesteckt und rumgeschleudert. Mal das Wasser probieren. Was habt ihr denn hier gefeiert? Auch da haben ich mal ganz viele Gedanken, weil wir mal eine Party gemacht haben. Das sind die Weste, oder? Ja. Haben die Papiere denn wohl. Hey! Sie müssen die Tähne an, oder? Hey! Ja, der weiß, wo er hin muss. Ja, der weiß, wo er hin muss.